Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei PhysioInsight. Heute sprechen wir über eine interessante Studie zu Migräne. Migräne ist sehr weit verbreitet und geht einher mit einer gewissen Aura häufig. Manche sind dann lichtsensitiv, geräusssensitiv, den Menschen wird übel, sie müssen sich teilweise sogar richtig erbrechen. So Migräneattacken sind, wie man sich dadurch vorstellen kann, äußerst unangenehm und es gibt wahrscheinlich für jemanden, der unter Migräne leidet, fast nichts Schöneres, als viel weniger Attacken zu erleben. Viele klinischen Studien haben schon gezeigt, dass regelmäßige Bewegungen einen positiven Einfluss auf Migräne haben und in der Übersichtsarbeit, die ich dir heute vorstellen möchte, die ist aus 2022, da wurden unterschiedliche Aktivitäten, also unterschiedliche sportliche Aktivitäten miteinander verglichen, Krafttraining, Ausdauertraining, also moderat und aber auch hochintensives Intervalltraining oder aber auch Kombinationsprogramme. Ziel von dieser Netzwerk-Meta-Analyse war herauszufinden, was ist denn die beste Intervention, was kann man machen, was reduziert die Häufigkeit von Migräneattacken am allerbesten? Insgesamt wurden 21 Artikel evaluiert und das waren knapp 1200 Menschen, die an Migräne leiden. Die Altersspanne war da so ungefähr bei 35 Jahren und es waren deutlich mehr Frauen als Männer. Das Verhältnis war 6,7, ungefähr 7 zu 1, 7 Frauen, ein Mann. Die Ergebnisse zeigen, dass Krafttraining die höchste Effektivität hat, um Migräneattacken zu reduzieren. Die zweiteffektivste Methode, um monatliche Migräneattacken zu reduzieren, war hochintensives Ausdauertraining und die dritte Methode war dann moderates Ausdauertraining. Tatsächlich waren diese drei Möglichkeiten, Trainingsmodalitäten auch besser als irgendwelche Medikamente, die als Vergleich herangezogen wurden. Aufgrund dieser Ergebnisse möchte ich dir Empfehlungen geben, wie du mit dem Krafttraining zum Beispiel einsteigen kannst, aber auch nachher für das hochintensive Intervalltraining möchte ich dir Möglichkeiten geben. Und das Krafttraining bezieht sich jetzt auf Wiederholungsanzahl, auf Satzanzahl und aber auch auf Muskelgruppen oder Bewegungsübungen, die du machen könntest. Empfehlenswert ist, wenn du mit 50% deiner maximalen Kraft anfängst und dann ungefähr 2-3 Sätze, 12-15 Wiederholungen machst und dann wöchentlich um ungefähr 5% steigerst, sodass du dann nach, sagen wir mal, 8-12 Wochen bei 70-80% deiner maximalen Leistungsfähigkeit angekommen bist und du dann irgendwo zwischen 8-12 Wiederholungen und das Ganze für 3 Sätze gelandet bist. Am besten ist, wenn du das Krafttraining dann auch dreimal pro Woche machst, so 45-60 Minuten, alle großen relevanten Muskelgruppen trainierst, inklusive auch die Nackenmuskulatur. Das könnte zum Beispiel sein, dass du die tiefen Nacken und die oberflächlichen Nacken- und Halsmuskulatur trainierst, aber auch alles, was an die obere Extremität geht, also an die Arme. Das könnte ein Seitheben sein, Frontheben, aber auch nach unten ziehen, also den Latzug noch dazu machen, Schulterstrecken, aber auch über Kopf drücken, also Shoulder Press kannst du machen, Butterfly, aber auch ein Reverse Butterfly dann wieder, also sozusagen eine horizontale Bewegung und weil es auch empfohlen ist, vor allem im Bezug, wenn man starke Migräne-Probleme hat, dass man dann auch die Beine noch mittrainiert. Dementsprechend auch vielleicht noch die Beinpresse dazu nehmen oder einfach Squats. Für das hochintensive Ausdauertraining und auch für das moderate Ausdauertraining empfehle ich dir natürlich, dass du eine Pulsohr nimmst, weil du dann viel besser deine Leistungsfähigkeiten auch und deine Belastung steuern kannst. Ich habe dir drei Pulsohren unten in der Infobox verlinkt. Die Polar Vantage M, die habe ich selber, das ist sozusagen mehr oder weniger die mittlere Preiskategorie. Dann gibt es noch Garmin, das ist einfach wie so eine Art, ich sage mal, Gusto. Manches ist so das Garmin-Lager, die anderen sind so das Polar-Lager. Ich habe meine Produkte in der Regel von Polar, aber Freunde von mir haben Garmin und die sind sehr damit zufrieden, genauso wie ich mit Polar zufrieden bin. Und dann gibt es noch den Klassiker Fitbit, das ist so das Einsteiger-Modell und damit kannst du auch sehr gut eigentlich deine Herzfrequenz während sportlicher Belastung messen. Kommen wir also aber nun zu dem Programm für hochintensives Intervalltraining bei Migräne. Und zwar fängst du am besten an mit 50% von deiner maximalen Herzfrequenz und das Ganze machst du auch dann dreimal pro Woche, so 45 bis 60 Minuten, einschließlich Warm-up und Cooldown. Gleich auch beim Krafttraining, einschließlich Warm-up und Cooldown. Und du erhöhst die Intensität wöchentlich so ungefähr um 5 bis 10%, sodass du nach 8 bis 12 Wochen so ungefähr bei 80, 90, vielleicht 95% deiner maximalen Herzfrequenz gelandet bist. Intervalltraining bedeutet natürlich eben Intervalle machen. Intervalle heißt einmal eine Phase, wo du belastet bist und eine Phase, in der du weniger belastet bist. Ich würde dir empfehlen, dass du mit einer Belastungsphase anfängst, die deutlich kürzer ist als deine Pause. Also zum Beispiel beginnst du mit einer Minute Aktivität, schnell laufen zum Beispiel oder also springen, Seilspringen könnte es auch sein, zum Beispiel hüpfen, Skipping, alles was deinem Puls richtig hoch geht und dann hast du aber 4 Minuten moderate Intensität. Also da gehst du dann eher oder du joggst langsam oder du springst weniger, bewegst dich einfach weniger, sodass du noch eine moderate Intensität hast, nicht komplett einfach stehen bleiben und dein Puls sich beruhigt und dann nach 4 Minuten schießt du den Puls einfach wieder nach oben. Wenn das alles jetzt zu schnell war, zu viel war oder so, das ist gar kein Thema, das steht unten in der Infobox, da habe ich dir alles reingekopiert. Denk daran, dass die Trainingsbelastung und dass du deinen Alltag mit einbeziehst und auch deinen allgemeinen Fitnesszustand, also wie du jetzt gerade, wie fit du dich gerade fühlst, wie fit du gerade bist und auch deine persönlichen Vorlieben mit einbeziehst. Es bringt die beste Übung nichts, wenn du sie nicht machst und das ist genau der noch wichtigere Punkt, es geht mehr um die Kontinuität, also um das regelmäßige Tun, als darum, das eine Mal mehr zu machen, wenn du zum Beispiel dich richtig gut fühlst und wenn du dich nicht gut fühlst, gar nichts zu machen, sondern versuche an Tagen, wo du dich richtig gut fühlst, trotzdem nicht drüber hinaus zu gehen und an Tagen, wo du dich nicht so gut fühlst, dass du dann trotzdem etwas machst. Also zum Beispiel, wenn du starkes, super empfindliche Kopfhaut an dem Tag hast, dann fang einfach an, indem du nur ganz locker deine Beine zum Beispiel trainierst, also weit entfernt von dem, was sehr sensibel ist. Ich freue mich natürlich auch besonders, wenn du einem von diesen Empfehlungen folgst und es dir hilft, deine Migräneattacken zu reduzieren und dementsprechend bis zum nächsten Mal bei Füßeinsight. Ciao!